So. Bist du einer von den Lieben oder bist du dir die Körperteile verlieren? Ja. Und dann auf mich losgehen. Macht aber auch einen Schaden, der Kollege. So. Nicht, dass ihr irgendwie dran denkt, aufzustehen. Ja! Ich finde das Ding toll, was auch immer das war. Schnell, 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 schnell. Keine Ahnung, ob mir da irgendwas passiert. Kann ich eigentlich durch die Tür da? Hab ich noch nie ausprobiert. Nö. Da ist aber noch Muni. Letztes Mal bin ich an dieser Stelle nämlich auch einfach panisch durchgerannt, weil ich dachte, das Viech greift mich bestimmt an. Ich möchte dahinter, danke. Ich möchte da... Hinten... Dann halt nicht, dann gehe ich hier durch. An diese Wirsche Stelle. Ja, und hier bewegt sich alles. Das ist... Schön. Dass bei denen die Leitung platzen, da brauchen die auch keine Angst haben, glaube ich. Ähm, wie ging das nochmal? So, da drauf. Drüber, drüber, drüber. Muni sammeln. Heilen. Dann konnte ich da hochgurken. Jo. Hi. What, 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 what? Nicht so mit mir, mein Freund. Oh, wie das aussieht, ey. Uuuuax. Ähm. Was bist du denn da? Funzel anmachen? Egal. Was auch immer du bist, du bist nicht wichtig. Ähm. Knöpfchen. Können wir. Hier so wir Schlangenwuseln. Hey. Ja. So, ähm. Ne, ich wollte nur mal zeigen, wie man hier failed. Also, oder fällt, ne. Nein, da wollte ich nicht langen. Nein. Wie komme ich denn jetzt überhaupt wieder weiter? Da hatte ich ja noch nie das Problem. Spring da dran. Spring mal dran. Ey, 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 ey. Denk nicht mal dran. Jetzt kommt die große Frage. Wie komme ich denn jetzt hier weiter, verdammt ich? Hm. Was macht die Sache aber auch nicht einfacher? Hilfe, ey. Keine Ahnung, ob man das so machen sollte. Ich hab's jetzt so getan. Ich fand's cool. Ja. Wollte ich hier hin? Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. So wie's aussieht. Oh, das ist kompliziert. Komm, sag mir was Schönes. Mutter sieht alles. Na, herrlich. Bitte? Ui. Ui. Alter. Ah. Warum muss es hier so viele von diesen beknackten Selbstschussanlagen-Dingern geben? Ach da. Hi. Ja, das ist wieder so gestört, dass die einen oben sind, die anderen sind unten und hier kann ich durch und dann bin ich jetzt an der Wand. Wo kann ich denn jetzt hier hin? Ja, ich will hier rein. Egal, wo ich lande, ich will da rein. Jetzt bin ich wieder unten, so wie's aussieht. Und. Hm, da müsste noch einer, genau. Bist du tot? Hm, bin Fuß geschossen, ja, da stirbt man schon mal dran. War ich hier schon in dem Dingens? Hier bin ich aber rausgekommen, dann komm ich doch wieder an die Wand, oder? Komm ich an die Wand oder falle ich irgendwo anders hin? Oh! Genau, genau, noch mehr. Oh, bitte. Yay, tot. Können wir uns wenigstens wieder aufladen. Das ist ja auch schön. Wenn wir denn was treffen. Ne. Nein, ich möchte nicht da rein, Mann. Hier fliegen noch so viele komische Quallen. Na, ist doch egal. Wow. Kiste, Kiste. Meine Kiste. Ui. Müsste nur noch einer. Ja, 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 ja. Keiner. Gut. Also rechts die Kiste ist irgendwie unspektakulär. Die Kiste hier war aber auch unspektakulär. Weil wir da an der Wand sind. Dann sollten wir vielleicht nicht unbedingt... In das Ding suchen wir uns was Neues. Komm ich dahin, weiß ich nicht. Komm ich dahin, gar nichts. Komm ich auf der anderen Seite irgendwo hin? Yay, wir nehmen mal das hier. Das sieht doch cool aus. Geh da rein. Sind wir auf Vergleichenebene wie die... Was zum Henker soll das denn? Mami! Was steht da denn? Ach so, gar nichts. Interessant. Was zum Heilen? Was zum Heilen? Ach, ein Traum. Ein Bräumchen, echt. Haben wir noch Muni? Voll, gut. Dann... Spuker. Ja, so ein bisschen Mundgeruch ist was Feines. Ja, den Kot wissen wir... Ach! Wo kannst du denn wieder her, du Drecksding? Kannst du nochmal? Ne, bis alle, okay. Dann stand doch was auf dieser Tafel hier, oder? 2, 7, 2, 4. Tja, so einfach kann es gehen. Nicht nochmal. Verarschen kann ich alleine. Ähm... 2, 7, 2... Warum haben die keine 8, 9? Oh, egal. Wir wollen es gar nicht erst wissen. Ja, hol nicht rum, du Weichei, ey. Ja, erinnern wir uns noch an diesen Raum? Ja, erinnern wir uns. So. Damit hätten wir schon mal... Ui! Boah. Genau an der Stelle, habe ich mir am letzten Mal auch erschreckt. Man lernt ja schließlich nicht dazu. Ui! Ist da noch irgendwo wer? Möchte doch einer was sagen? Ui! Ach, du bist das, oder? Sag was. Rede mit mir. Ja, du bist das. Sehr schön. Dann, auf nach unten. Ja. Ja. Noch jemand? Hä? Hä? Wer will noch was? Hä? 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 Ja, ich weiß doch. Geh mir nicht... Ich möchte Waffe wechseln. Darf ich? Danke. Nettes Spiel. Wirklich. Hm. Ja, schön. Die hören unser Radio. Ist ja auch mal interessant. Portal! So. Opfer. Damit haben wir dann die Stelle erreicht, wo ich beim letzten Mal war. Also an dieser Stelle habe ich dann aufgehört und wollte eigentlich heute weitermachen. Von daher, ab jetzt ist alles wieder blind. So, nochmal den Fraps-Beruhigungs-Cut gemacht. Dann pöllen wir erstmal. Mach, wir haben doch hier... Mach, wir haben doch hier... Tja. Ein Zahlenfeld für ein Portal. Kommen wir jetzt so aber nicht rein, also müssen wir erstmal den Code rauskriegen. Halt mal. Nein! Wieso überlebst du? Junge. Komm mal klar hier echt jetzt mal. Ja, da kommen wir natürlich auch wieder nirgendwo dran. Nee, ich will nicht auf den Vogel gehen. Ich weiß nicht, wie oft ich euch das noch sagen muss. Stirb. Richtig. Ich hätte es ja gar nicht besser ausdrücken können. Tresorzugangscode geändert. 0634. 0634, 0634, 0634. Ja. Tresor? Hm, okay. 0634. Du-du-du. Hm. Und Schulbus. Gut. Geh ich noch, geh ich noch? Keine Geh ich noch. Äh, da... Reifen bewegt sich. Ich weiß jetzt nicht, was da dran lustig war, aber... Was, was, was? Ne, nicht ernsthaft, oder? Wo hatte ich eigentlich... Mal eben kurz gucken, wo ich denn... eigentlich... ...und überhaupt... F5 oder F10? Ja, das ist ja eine Auswahl. Quicksave. Wo haben wir den Quicksave? F5 haben wir da, denke ich. Ja, spielgespeichert. Dann... Kann ich da runter? Darf ich? Toll. Schon wieder habe ich keine Ahnung, was ich machen muss. Hey, herzlichen Glückwunsch. Ach so! Müsste hier dann nicht so ein... Ah, blub, ey. Da isses, ah. Ich blindfisch, echt mal. Uiuiuiuiui. Uiuiui.